Die Wirtschaftskammer Tirol, Sparte, Information und Consulting fungiert beim Spitzenspiel der heimischen American Football Liga Swarco Raiders Tirol gegen die Raiffeisen Vikings am 24. April als Spielparte. Eine Patenschaft mit Hintergrund. Also man erreicht mit so einer Kooperation, ich glaube die Anmeldungen liegen bei knapp 400 Tiroler Unternehmen, denen sozusagen hier die Möglichkeit geboten wird, ein Spiel live zu sehen. Wir machen eine Regelschulung mit den Unternehmern, sie werden eingeladen, sie können aufs Spielfeld vor dem Spiel hinuntergehen, sie können den Football werfen, kicken. Also das ist richtig dann, Football haut nach, Football zum Angreifen, wo sicher bei dem einen oder anderen Unternehmen da auch natürlich die Emotion sozusagen dann überkommen wird. Und wir hoffen natürlich, dass sie alle ihren Spaß haben, so wie all unsere Zuschauer und dass wir natürlich gegenseitig sozusagen weitere Kooperationen mit dieser Erstkooperation dann auch natürlich fortführen können. Ich freue mich sehr auf das Spiel und ich bin ganz begeistert und bin also auch schon im Football-Fieber. Und vor allem auch die Unternehmer haben ja oft auch gar nicht Zeit, sich etwas Neues anzuschauen und mit jedem, den ich gesprochen habe, jeder hat gesagt, das hätte mich schon lange mal interessiert und ich komme. Und daher haben wir ja auch schon über 400 Anmeldungen und es ist auch sehr familiär dort, also es ist auch von der Stimmung her und es passt sehr gut zu uns Unternehmern. Das Schlagerspiel der Swarco Raiders gegen Viking beginnt am 24. April um 15 Uhr im Tivoli Stadion.